Musik 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 Wenn ihr euch wieder auf den Pokémon-Fried-Rate gefallen habt, habt ihr sehr gefallen? Also, wenn ihr euch wieder auf den Pokémon-Fried-Rate gefallen habt, habt ihr sehr gefallen? Das ist die ganze Spiel. das ist, dass wir heute gehen können. Heute ist das Wichtigste. Heute geht es um die Zeit. Heute geht es um das Wichtigste. Heute geht es um die Tretown. Heute geht es um die Tretown. Du kannst hier passen. Du kannst hier für den Kaskane Badge. Oh, das ist Kaskane Badge. Okay, bitte komm hier. Du kannst hier bourde Kaskane Badge. Du kannst hier ja auch die Tretown der Bess. Die Tretown der Bess auch. So ist es. Es ist so ein Rennen. Es ist so ein Rennen. Ich bin ein Rennen. Es ist ein Rennen. Das war's. Surf. Rifles want to surf. Which move? Move. And... If we reach victory tron, it will be the final battle. And what will we win this match? We don't know, but let's see. Surf. Flip. Surf. You might cross through the soul badge. We played ninja, who I don't remember. Who do you think? Sion. Done. Go monster bone. Catch you. Guarantee plus warranty. You can pass to the master badge. You can pass through the mass badge. You will know the mass badge. You may know the mass badge. You will know the mass badge. You will know the mass badge. I'm sion. Ich habe einen Allergy mit dem Saitak. Ich habe einen Allergy mit dem Saitak. Ich bin nicht allein. Wir kämpfen mit dem Volcano-Bass. Wir kämpfen mit dem Bremsen. Wow! Ich habe einen Allergy mit dem Saitak. Ich habe einen Allergy mit dem Saitak. Und meine Damen und Herren, willkommen zu dem Victory Roll. Bag. Bag. E-M-Ks. Strings. Ritune. Ritune. Ich habe einen Allergy mit dem Saitak. Und jetzt sind die Strings-Seats. Ritune. Ich habe eine Allergy mit dem Lack. Ich habe einen Allergy mit dem Saitak. Come ein Lack. Geil in die Lack. I will be triste. Ich kann es nicht so machen, wie es so machen kann. Ja. Wie ist es in der Realität? Oh, shit. Wer ist das? Ich bin. Es ist ja sehr, 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 sehr. Und eine dritte ist, und eine dritte ist. Und wer ist? Ja. Onyx. Onyx ist es schnell. Jetzt wieder Onyx. Wer ist das? Onyx. Dann ist es bei Onyx. Pass auf. 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 Und endlich. Ich werde die Auf. 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 Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Wenn du es auf den Wegst, würde du gerne die Strang? Und wir haben hier einen kleinen Schrauch. Das ist hier. Das ist hier. Wir haben auch die Rhyde und wir haben auch die Rippel-Effekt getötet. Wer ist das? Wir machen die Rippel-Effekt. Die Rippel-Effekt haben die Rippel-Effekt. Come on, come on. Wir können uns den Rippel-Effekt. Kulli-Fekt hat. und komm an komm an rippel effect ist wieder vorbei und wie viele pokémon hier sind? ich habe nur 2 rippel effect komm an und wir werden wieder zurück und wir werden wieder zurück ich denke, wir werden nicht weg. wir werden wieder zurück. die Tür öffelt. und komm an, wir werden wieder zurück. Finally! Welcome! To the Pokemon Lake Welcome to your Pokemon sister! Would you like to help your Pokemon? That would be perfect! Who is your phone? For a few seconds Save it Welcome to your Pokemon Indigo Plateau Finally! Indigo Plateau So friends! If you like today's video Please like for more views We have reached the Pokemon Indigo League Finally! In the next video This is the first Indigo League challenge Bye Bye!